So, wir sind jetzt hier in Geiselwind nochmal. Ende, Reutel, Tour. Okay, jetzt der Henning, der muss jetzt zahlen. Der Henning muss jetzt zahlen. Was hat er denn zu zahlen? Wie immer, für alle. Für alle? Ich hab das Glück, ich spiel bei Axis, da zahlt Herr Bernie alles. Nur der Henning. Der Harry ist auch noch da. So, wir haben Fußball geguckt und Deutschland hat 4-1 gewonnen. Und deswegen geh ich jetzt ins Bett. Ich auch. Da geht's voll die Post ab jetzt. Also Sascha, guck mal da hin. Ja, lecker gegessen, Rasul hat geduscht. Schöne Grüße an zu Hause. Sabine und Melena und Laura und Kevin. Macht's gut. Er ist ja bald wieder da. Eine Woche noch. Noch benutzen wir ihn ein wenig. Für alle möglichen Dinge hier. Hier ist eine Frau. Hier ist eine Frau. Unglaublich. Wir haben eine Frau hier. Unglaublich. Hey. Auf dich. Was ist dein Name? Lena. Lena. Und woher du kommst? Du bist aus Deutschland? Ja, aus Bamberg. Von Bamberg? Bamberg. Das ist cool. Danke. Good night. Ich bin morgen auch dabei. Sie ist morgen auch dabei. Tourdiary. She will be there. Cool. Henning. Alles klar? Ja klar. Ich wollte es. 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 Nein.